Im Zuge von Baumpflegemaßnahmen an den Kraften hat die Stadt auch die Krähenklatschen überholt, mit denen die in den bäumennistenden Saatkrähen vertrieben werden sollen. Zusätzlich werden in Absprache mit der Naturschutzbehörde alte Saatkrähennester entfernt, damit die Vögel weniger Brutplätze in der Innenstadt finden. Mit Beginn der Brutzeit ab April dürfen die geschützten Saatkrähen nicht weiter gestört werden. Die Seile der Klatschen werden dann wieder gekürzt. Vogelschützer wie Werner Menke aus Jever plädieren für mehr Toleranz und Gelassenheit im Umgang mit den Vögeln. Ein von Saatkrähen freies Jever wird es nicht geben.